Oh, ich habe euch gar nicht reinkommen sehen. Hallo und herzlich willkommen zu Santa Zeros Adventskalender. Heute möchten wir gerne Türchen Nummer 1 öffnen am 1. Dezember 2016. Aber zuvor muss ich noch eine kleine Ergänzung von gestern unternehmen und zwar die Keys, die ich für euch habe, das sind Steam Keys. Diese Steam Keys könnt ihr auf Steam einfach einlösen. Es gibt zwei Teile von den Steam Keys, die ich habe, das heißt von dem Steam Key. Heute gibt es ein Steam Key zu verschenken. Dieser besteht aus mehreren Teilen und zwar zwei Drittel werde ich euch zeigen, wenn wir gleich den Adventskalender öffnen. Den könnt ihr euch gerne aufschreiben und das letzte Drittel, das findet ihr in einem Video. Dieser Code wird allerdings verbraucht, sobald man ihn einsetzt. Das heißt, solltet ihr den Code gefunden haben und das Spiel funktioniert nicht oder das Spiel könnt ihr nicht runterladen, dann hat es jemand schon eingelöst. Grundsätzlich wäre das echt schön, wenn ihr in die Kommentare schreiben würdet, was das für ein Spiel gewesen ist, denn ich weiß es selber nicht. Und andere würden sich freuen, wenn sie wissen, was für Spiele so in diesem Adventskalender sind. So, ich schicke mal kurz den Adventskalender rüber. Adventskalender, ey! Komm mal rüber da! Hier ist der Adventskalender. Wir öffnen gleich Türchen Nummer 1. Eine Sache habe ich noch vergessen und zwar, nicht alles sind Steam Keys. Es gibt einen einzigen Origin Key und der kommt, ich glaube, am dritten Advent. Wir werden sehen. Vielleicht auch früher. Keine Ahnung. Lasst euch überraschen. So, wir möchten also Türchen Nummer 1 öffnen. Türchen Nummer 1, öffne dich! Ja, Freunde, so sieht das Ganze aus. Ihr seht hier verschiedene Buchstaben und Zahlen und natürlich auch Fragezeichen. Anstatt dieser Fragezeichen müsst ihr den Code eingeben, den ihr im Video seht. Ich werde euch natürlich nicht sagen, was das für ein Code ist oder welches Video es ist, denn das solltet ihr ja selbst erfahren. Aber allerdings, wenn ihr einen Tipp wollt, dann schaut doch einfach mal auf Twitter vorbei. Da werde ich euch jeden Tag einen kleinen Tipp geben, wo es sich befinden könnte. So, das war es für heute schon mit dem ersten Adventskalender. Ich bin ein bisschen nervös, muss man dazu sagen. Ich hoffe, man merkt es nicht. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Doch zuvor möchte ich euch eine kleine Lektion noch mitgeben aus meiner Lieblingslektüre. Und zwar, ein Bro lässt die Klobrille für seine Bros hochgeklappt. Merkt euch das. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.